Sie stehen seit vielen Jahren bereits für seine Bewerbeleitung des Campo-Major-Kapellmeister-Magistrat Gerhard Martin Heidegger. Sie spielen Melodien aus ihrer Heimat, dem Bozener Marsch, dem Deutschmeister Regimentsmarsch natürlich, aber auch moderne Musikstücke von dem größten Herr Reinhardt-Hendrich, Macho-Macho oder ein wunderbares Klarinetten-Solo Tico-Tico mit dem Solisten Andreas Lindenbauer. Das Musikkorps ist beheimatet ungefähr 40 Kilometer westlich von Wien in der wunderschönen Region des Wiener Walds, umrahmt von Weinbergen und das inspiriert natürlich dann auch wirklich schöne Musik zu machen. Begrüßen Sie aus und für Österreich das Musikkorps Wirmler. Herzlich Willkommen! Musik 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 Applaus 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 Applaus